Wir müssen raus aus dieser, ich sage jetzt mal, Selbstverwirklichung. Ich gehe mal auf eine Seminarnische, sondern wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, dass wir das, was wir erfahren haben, umsetzen, dass wir es in die Waagschale werfen. Also wann, wenn nicht jetzt? Und da habe ich mir natürlich und mache mir sehr viele Gedanken darüber, okay, was kann ich beitragen? Und eins der zentralen Themen meiner Arbeit ist schon immer Beziehung gewesen. Und ich bin ehrlich gesagt eher durch Zufall auf das Phänomen von Co-Kreation gestoßen, weil ich immer wieder zum Beispiel mit meiner Liebsten im Team, aber auch zum Beispiel in Retreats und Seminaren Phasen erlebe, wo Menschen plötzlich miteinander abheben, auf völlig neue Ideen kommen, Heilungsprozesse stattfinden, wo wir viel liebevoller, achtsamer miteinander sind und tatsächlich auch mehr leisten, ohne Betonung, ohne mehr Anstrengung.